Ähm, was schmeiß ich denn weg? Das da. Hellloi, wenn ich das raus... Ah, das wird... Ha? Okay, das deletet echt einfach. Habe ich den Namen schon... Die Behörde? Ne, ähm, die Botschaften. Also... Die US-Botschaft, die französische Botschaft, die britische Botschaft... Man kann, glaube ne, man kann doch gleich ne Chapa-Botschaft machen, das lohnt sich dann nur wenigstens. Ne, also... Wirklich für jedes Land ne Botschaft ist doch... Wirklich ein wenig übertrieben. Wirklich ein wenig. So. Und dann... Mache ich hier erstmal... Ne Fläche, wahrscheinlich. Und die dann auf welche Höhe? Hm. Let me look. Tuk-Tuk. Tuk-Tuk. Na, ich glaube, ich mach hier drei ab. Der Teil... Beginne ich hier einfach mal. Und wir werden das da natürlich auch... Eigentlich kann ich das da erklimmen, oder? Aber... Ich überlege... Wir können ja mal von oben rein gucken. Dafür brauche ich jetzt aber erstmal ne Truhe. 2... Mh... Am besten gleich... 2... Ähm... Ah, das wird den... Ha? Okay, das deletet echt einfach. Das ist ein bisschen kacke, natürlich. Aber... Man kann da jetzt nichts ändern. So. Die ganze Pflanzen-Gedöns kommt jetzt mal raus. Weil dann ist das so ein bisschen die Rohstoffkische. Und dort schon ein bisschen... Pff... Keine Ahnung. Ein glatterer Datsch, oder so. So, vielleicht... Ich pack da jetzt einfach mal alles... rein. Und das brauche ich vielleicht. Und das brauche ich vielleicht auch. Jetzt wird's Nacht. Mh... Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Eine Spitzheit hätte ich vielleicht auch mitnehmen sollen, weil ich dann jetzt mit meiner Tür los... dann nehme ich hier einfach mal... Ähm... Ich hoffe da steht jetzt die richtige. Eine... Spitzheit mit. Ich hoffe, ich sterbe nicht da drin. Jetzt bin ich erstmal gespannt, was da überhaupt ist. So, geht auch schon mal eine Spinne, ach du Scheiße, das ist ein Spawner. Komm her. Fuck. Wow. What? What? Ah! Alter, willst du mich verarschen? Hä? What the f... What the f... Nein? Alter, du behinderter Sniper, Alter. Leck mir die Eier. wo ist dieses scheiß skelett ja komm komm man leckt mir dir ja ok krass sonst nix kann ich hier auch nach unten aha wer sagt es denn oh da ist Wasser ich gehe nach oben ok ok oh oh Komm schon. Nein, nein, nicht sterben. Hauptsache nicht sterben hier drin. Das ist das Wichtigste. Komm her. Komm her, wenn du was willst. So. Niste. Müsse ich n'n, Niste, ne? Patapf. Oh Gott. Oh Gott, wie lang geht'n das? Ehrlich gesagt will ich's gar nicht wissen. Die Leder-Sahnen brauch' ich nicht. Aber den... Der Bogen... Der Bogen. Äh. Okay, wir müssen, glaub' ich immer bloß hier am Eingang stehen. Oh Gott. Jetzt schnell hier abbauen. Und dann... What? Meine Güte. Ich glaube, das ist die beste Taktik, finde ich. Oh, Mama. Ich will da noch nicht reingucken. Ich gucke da erst rein, wenn ihr alles... ...gesichert euch. Erfahrungsflächen, was ist da? In der Horn. Hat! Okay, also anscheinend interessante Sachen sind da drin. Ich esse hier erst mal was. Und jetzt... Und jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020